Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung am Mittwoch, nämlich Meilenmittwoch, endlich mal an einem Mittwoch, weil vorher war ja immer Donnerstag oder Freitag oder je nachdem. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ihn am Mittwoch und am Samstag, das sind eigentlich die geplanten Daten. Wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft habt, wenn ihr keine habt, dann seht ihr das ein oder zwei Tage später, je nachdem wie ich es freischalte. Wir haben für euch frisch gepresste Themen vorbereitet, ein Deal und Deal von Spanien nach Mexico und zwar nach Mexico City für 1329 Euro startend. Das ist auch ein guter Preis, Business Class. Dann frisch gepresstes Thema, Casa Pacific und Merit Bonvoy gehen in eine Partnerschaft ein, da gibt es einen Fast-Track-Status, gibt es auch ab einem gewissen Status, aber ich finde es unfair, aber gehen wir auch gleich darauf ein, ist auch die Frage des Tages. Dann gibt es Merit Bonvoy Promotion, da könnt ihr Meilen kaufen, jetzt mit einem Bonus, der vorher nur irgendwie für nicht alle war, aber gehen wir auch drauf ein. Und wir haben IHG Thailand, hat ein Sale, 20% Rabatt, geht bis September hinein, also könnt ihr jetzt schon buchen. Und was haben wir noch? Finnair geht offline. Ja, die Änderungen mit den Avios, das wird jetzt langsam leider Realität, ist halt so. Und was auch Realität wird, ist Hyatt. Hyatt, die Award-Charts ändern sich, aber es ist jetzt nicht ganz so schlecht, wie ich es im Gesicht stehen habe. Ihr könnt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen. Wenn ihr das Format mögt, könnt ihr das natürlich mit einer Glocke belohnen, dass ihr halt wirklich keine Sendung mehr verpasst und kommentiert immer schön brav. Und wenn ihr Fragen, Sorgen ist oder nöt habt, schreibt mir hier. Also, lasst uns direkt reintauchen. Ich werde die Zeit erstmal aufschreiben. Und zwar das erste Thema ist Merit Bonvoy und die Partnerschaft mit Cassie Pacific. Und zwar, Cassie Pacific ist ja eine Fluggesellschaft, die ich persönlich doch durchaus mag. Ich habe da auch den Diamond-Status zwischendurch ab und zu mal gehabt. Und muss sagen, ich mag die Hongkonger, sie sind ja ein bisschen in schwierigen Gewässern durch Covid. Aber sie haben eine Partnerschaft mit Merit Bonvoy und ich als Lifetime Titanium mag das natürlich auch. Aber diese Partnerschaften sind halt immer so ein bisschen problematisch in meinen Augen. Und zwar ist es so, dass Merit Bonvoy und Platy-Mitglieder können den Gold-Status bekommen und mit 300 anstatt mit 600 Status-Punkten. Also, das heißt, es ist nicht so eine Art, es ist Fast-Track, es ist also kein Status-Match. Dann weiter, Cassie Pacific, Silber, Gold und Diamond-Mitglieder bekommen den Merit Bonvoy Gold. Und dieser Tier ist permanent. Also, das heißt, solange ihr den Status habt, habt ihr auch den Gold-Status bei den Freunden von Cassie Pacific. Umgekehrt, bei Merit müsst ihr euch, Quatsch, bei Cassie müsst ihr euch immer wieder erschlafen, beziehungsweise erfliegen, bei Merit Bonvoy braucht ihr euch nicht erschlafen. Und interessant ist auch in den FAQs, wenn man sich die Fragen anguckt, Merit Bonvoy und Cassie können von Zeit zu Zeit diese Status-Acceleration, also die Verschnellerung, wie sie es nennen, in irgendeiner Art und Weise limitieren. Ja, also das heißt, man hat da also eine Bremse eingebaut. Wer es machen möchte, sollte es relativ schnell machen. Interessant ist es halt in meinen Augen zu sehen, dass man hier ungleich behandelt wird. Und man bekommt natürlich mit dem Silber-Status Lounge-Zugang, mit dem Gold-Status bekommt man diese auch mit Business Class und so weiter, weil es einem One World Sapphire entspricht. Aber wenn man sich das dann anguckt bei den Freunden von Merit Bonvoy, wenn ich da einen Status bekomme, das ist jetzt nicht unbedingt so viel prickelnder, weil so ein Gold-Status oder sowas bei Merit jetzt nicht wirklich viel Wert hat und der Platinen kriege ich ja auch mit jeder Kreditkarte. Deshalb muss man da so mal ehrlich sein. Aber man darf auch nicht das Angebot mit Singapur verwechseln, weil bei Singapur ist ja Chris Fly und da gibt es halt den Starlines-Gold-Status. Der Starlines-Gold-Status ist in meinen Augen nicht ganz so wertvoll wie ein Emerald. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch zusagen, weil Emerald ist schon ein Top-Status bei der One World im Vergleich. Aber dass man da halt nicht den Status direkt bekommt wie auf der einen Seite, finde ich immer persönlich ungerecht, dass man also in Hotels den Status behält, aber man muss ihn bei Fluggesellschaften erfliegen. Auch für Titanium gab es da auch etwas. Wo war das denn übrigens, wo ich das mal hatte? Und genau, das Bonvoi Platinum und Titanium und Ambassador bekommen halt den Silber und einen Fast-Track zu Gold. Das heißt, aus dem Silber-Status bekommt man. Das ist dann schon mal eine bisschen bessere Geschichte, aber es ist jetzt kein Selbstläufer oder nichts, was man so macht. Aber für euch als Information, dass ihr, wenn ihr den Status habt, den natürlich auch machen und bekommen könnt. Aber auch hier wieder ein Hinweis, wenn ihr die Merit Bonvoi Kreditkarte habt, kriegt ihr direkt einen Platin-Status bei Merit Bonvoi. Weil solange ihr die Kreditkarte habt, kriegt ihr noch andere Vorteile, amerikanische Kreditkarten. Ja, ich sage es nur, ich sage es nur, ich sage es nur. Wer bei Merit Bonvoi Punkte braucht, kann diese ja auch von Zeit zu Zeit kaufen mit einem Bonus. Und im Moment gibt es einen Bonus von 35 beziehungsweise 40%. Es gab ja diese Promotion, die da war, wo man halt so eine Art Tricky Trick hat man aufgemacht. Ich habe noch nicht mal geguckt, weil ich so viele Punkte habe, die brauche ich gar nicht. Und da ist es so, dass man jetzt dieses Angebot geschickt hat und kann also jetzt diesen erhöhten Wert sehen. Und then go with the flow ist die Promotion. Heißt also, bis zum 31. März kann man zuschlagen, wenn man einen maximalen Prozentsatz von 40 bekommt, heißt das bei 100.000 maximalen Punkten, die man kaufen kann, sind das 140.000 Punkte. Kann ihr natürlich auch in kleineren Mengen kaufen. Minimal ist es so, dass man dann 1.250 US-Dollar zahlt für die maximale Menge, für die Minimummenge. Das sind dann 2.000 Punkte plus 800 Merit Bonvoi Punkte zum Preis von 25 US-Dollar. Die maximale Menge, die man ja kaufen kann pro Jahr, sind 100.000 plus den Bonus. Der Bonus zählt nicht rein. Was gibt es noch? Wichtig ist halt wirklich, dass ihr zwischen dem 8. Februar und dem 31. März das Angebot annimmt. Ich persönlich empfehle immer nur Meilen dann zu kaufen oder Punkte zu nehmen, wenn man einen Use Case hat. Einfach die auf Halde legen. Nicht so gut. Ich persönlich kaufe nur von Fluggesellschaften Punkte auf Halde, weil da habe ich meistens einen Use Case und kann das relativieren. Aber bei Hotels, schwierig. Selbst bei Hyatt habe ich selten Punkte gekauft. Also da könnt ihr auch schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Denn ich habe auch die Frage des Tages vergessen, aber die kann ich ja jetzt noch bringen. Wir sind ja noch bei Merit. Wie findet ihr so eine Fast-Track-Geschichte oder beziehungsweise so einen Status? Findet ihr das fair, dass man aus der Hotellerie-Sicht schlechteren Status bekommt und aus der Aviation-Sicht den Status dann bekommt länger? Und zwar quasi für immer bei der Promotion, solange man den Status inner hat. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Da solltet ihr was zuschreiben. Wir haben auch ein Thema IHG. Ich habe ja gestern im IHG-Hotel übernachtet. Und bei IHG ist es so, dass man bei IHG ja eher von einem Rabattprogramm spricht und mit den Punkten. Und ich persönlich finde IHG-Hotels auch ganz okay und ja, keine Ahnung. Aber es ist halt jetzt nicht so diese Loyalty-Geschichte dahinter. Aber sie haben im Moment eine Promotion. Da kann man 20% Sale haben. Wenn man bis zum 6. März kauft, kann man übernachten bis zum 30. September. Die Hotels, die mitmachen, sind auch viele Interconti, zum Beispiel Interconti, Chiang Mai oder aber auch Hua Hin, Khao, Jai, Pattaya, Bangkok, Sukhumvit, Bangkok, Koh Son Mui, Phuket und viele andere Holiday Inns. Eine ganze Reihe. Und was muss man natürlich ehrlicherweise sagen, kontrolliert immer, ob die Rate nicht irgendwann billiger ist. Aber wenn das die billigste Rate ist, dann schlagt zu. Wichtig ist auch nur, dass ihr natürlich diese Rate nehmt, wenn ihr 100%ig sicher seid, dass ihr dann auch in Thailand oder in dem Hotel seid. Gerade bei Intercontis, finde ich, macht das Sinn, weil die sind die besseren Hotels und da lohnt sich dann der Ambassador-Status. Ist zwar ein gekaufter Status für 200 Dollar, aber es ist halt schon etwas besser als nichts, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ihr könnt ja jetzt auch unten schreiben, ob ihr da jetzt von der Promotion dran teilnehmt. Thailand ist ja immer wieder ein Reiseziel. Ich persönlich esse gerne auch beim Thai und ich bin auch gerne in Thailand. Ich weiß, es ist eine Fischstose in vielen Dingen, aber wenn ich es nicht weiß, macht mich das ja nicht heiß. Hier muss man jetzt wieder ostzentativ einatmen und muss sich das angucken und zwar Finnair Plus. Und zwar Finnair Plus ist ja ein Programm, was ich persönlich doch ins Herz geschlossen habe. Warum, weiß ich nicht. Liegt vielleicht daran, weil ich gerade auch in Helsinki bin. Aber Finnair Plus geht einen Weg, den ich persönlich nicht ganz so prickelnd finde. Man geht auf Avios, man macht den Statuserhalt schwieriger, man entkoppelt das vom Vielfliegerprogramm im Gegensatz zur Lufthansa, wo man wieder ein Vielfliegerprogramm wird. Und da wird es bei Finnair ein Vielzahlerprogramm, wechselt dann sogar von Finnair Punkten auf Avios, hat Vorteile, hat Nachteile. Ich persönlich habe noch keinen abschließenden Antwort gefunden, ob das positiv oder negativ ist. Im ersten Schritt ist es positiv, weil ich meine Avios, die ich noch bei Qatar Airways habe, einfach rüberwumsen kann, über 300.000 Stück oder sowas. Und dann kann ich die bei Finnair unterkriegen. Aber Finnair hat jetzt im Rahmen der Umstellung am 9. März, also quasi vom 8. März bis zum 11. März, dort das Programm geschlossen. Und am 9. März solle dann die Änderung kommen. Heißt also, wer online geht, wird nichts sehen. Wer auf die App geht, wird keine Neuerung sehen. Kann sein, dass das Ganze schnell geht oder aber auch nicht. Übers Wochenende, also 18 Uhr Helsinki-Zeit, was in Deutschland 17 Uhr ist. Und das Thema soll dann um 7 Uhr morgens am Montag, deutscher Zeit um 6 Uhr morgens, gegessen sein. Und dann solltet ihr auch alles Neues sehen. Und ich hoffe, dass diese Änderungen auch so funktionieren werden, dass man dort dann sagen kann, dass das was wird. Oder wenn ihr aber jetzt ehrlicherweise schaut, dann macht bitte einen Screenshot vom jetzigen Programm, damit wenn die Änderungen da sind, dass ihr kontrollieren könnt, dass das alles ordentlich gelaufen ist. Und es wird auch keine Möglichkeit geben, übrigens Tickets zu buchen. Das solltet ihr auch wissen. Also ihr könnt dann nichts buchen, was mit meinen Punkten zu tun hat. Und das wird so. Also ich bin dann mal gespannt, wie das läuft und dass das kein Drama wird. Was immer wieder ein Drama ist, das ist das Thema Statuspunkte beziehungsweise Awardpunkte und Awardstays. Die Punkte, wenn sie eine Änderung haben, bei Hyatt muss man immer erst mal Luft anhalten und gucken, wie es bei den Änderungen ist. Jetzt ist es so, dass man am 26. März eine Devaluierung hat für einige Properties, aber auch einige Properties, die günstiger werden. Also das heißt, es gehen 137 Hotels, werden teurer, sogar einige von Kategorie 7 in Kategorie 8. Also etwas, was es gar nicht gab vor ein paar Jahren. Und runter gehen es 46. Bei der Kategorie 1 bis 2 gehen 21 Hotels, die werden teurer. Bei der Kategorie 1 zu 2, also von 2 zu 1 sind es 14 Hotels. So in dem Dreh, damit ihr es seht. Aber von 7 zu 8 gehen 5 Hotels. Von 8 zu 7 geht nur ein Hotel. Also das heißt, der Trend geht weiter nach oben und es wird teurer, was da ist. Wenn wir jetzt auf die Properties gehen in Deutschland, ich selber habe in Kalifornien mal geguckt, eine Sache, die ich geil finde, das ist ja hier das Hotel in Alila Maria Beach Resort in Incinita, was ich persönlich richtig geil finde. Das geht in der Kategorie, von der Kategorie 8 in Kategorie 7, heißt also 40.000 Punkte war es. Jetzt sind es nur noch 30.000 Punkte pro Nacht. Ganz toll. Also das finde ich toll. Wenn wir in Deutschland mal schauen, in Europe, in Deutschland, dann sind das Lindner Hotels, die teurer werden. Kudamm wird von Kategorie 1, Kategorie 2, also 5.000 waren es, 8.000 sind es, wie auch das Hotel in Köln, das City Plaza und das Hotel Colonia am Dom. Das Hyatt Reasons, die geht von 4 auf 5, was 15.000 Punkte waren. Jetzt 20.000 sind, genau wie das Vellem, was auch teurer wird. Aber das Hyatt Place am Frankfurter Flughafen bleibt bei Kategorie 1, 3.500 Punkte, also ein guter Schnapper für uns. Was heißt das für euch? Alle, die ihr Hotels buchen wollt, die billiger werden, nicht jetzt buchen, wartet, bis die Buchung durchgespielt werden kann. Am 27. Wann war es jetzt genau? Am 26. März, also dann könnt ihr schon buchen. Wenn das Hotel aber teurer wird, dann bucht jetzt. Das ist also ganz, ganz wichtig, mein Rat an euch, dass ihr da dann wirklich auf der sicheren Seite seid. Wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht mich an und wenn ihr die World of Hyatt Kreditkarte haben wollt, dann natürlich auch Bescheid sagen. Ich finde sie toll. Hab auch wieder viele Punkte damit bekommen. Jetzt geht es weiter und zwar haben wir einen Deal, so ein Deal. Da gebe ich euch das jetzt auf die Augen. Hier seht ihr das auch schon. Das ist ein Business Class Flug mit den Freunden von Aeromexico, von Madrid nach Mexico. Natürlich Aeromexico, wo soll es denn auch hin? Mit 1.329 Euro beginnend. Wichtig ist an dieser Fairbooms Klasse I. Dann die Restriktionen sind einige, je nachdem von wo man kommt, von Spanien zu den kanadischen Inseln ist von Dienstag bis Samstag erlaubt und der Inbound, also der Rückflug ist von Montag bis Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag erlaubt. Dann ist wichtig, 150 Tage vor Abflug muss reserviert werden. Minimumaufenthalt ist ein Samstag auf Sonntag, 12 Monate maximal. Ihr könnt für 75 Dollar unlimitierte Stopover einbauen. Ticket ist nicht refundierbar und 300 Dollar für Recharge. Ihr seht das schon an der Strecke. Man kann zum Beispiel von Frankfurt nach Fiumicino fliegen, nach Rom, dann fliegt man weiter nach Mexiko. Wenn man dann in Mexiko angekommen ist, kann man zum Beispiel entweder über Monterey fliegen, was ihr da seht, das nördlich von Mexiko ist. Man kann auch über Guadalajara fliegen, als Beispiel, um da die Punkte zu holen. Ich habe euch das jetzt einfach mal so gemacht, dass wir einfach Mexiko, Rom hin und zurück fliegen und dann mit Abflugsort Madrid, alles in der Buchungsklasse I, da seht ihr das, 30.040 Meilen bei China Eastern, bei Delta Airlines 28.718, 21.000 und ein paar kaputte gibt es bei Delta, Czech, Middle East, Copa, Aeroflot, Aerolinas und Goal, 18.000 bei Xiameng, Europa gibt es 17.000, wie bei den Freunden von Flying Blue, Vietnam, Saudi, China, Korean, 14.000 gibt es nur bei Garuda, Avianca gibt null und Aero-Mexiko gibt auch null, was ich aber nicht glauben kann. Aber das war der Dealzone heute von Spanien nach Mexiko, eine Reise wert, ich muss ehrlicherweise sagen, geiles Ziel, muss ich auch wieder mal hin, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und danke, dass ihr mich unterstützt mit der Glocke. Kommentieren, auch nicht vergessen. Ihr könnt an dieser Stelle jetzt noch den Abspann genießen, ich freue mich und bis morgen in Alter und in Frische und Samstag wird es wohl wieder einen Meilenmittwoch, aber in einem Samstag geben. Also, jetzt haben wir es doch geschafft, die Sendung. Gott sei Dank. Also, bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020